Aber werfe ich die nicht direkt, wenn ich jetzt links gegrüße? Weißt du das nicht? Die Dinger ja nie mit. Boah, Hör mal aus. Sehr gut. Schön, dass dein Geist am Samson Showdown. Mit dabei ist noch der Fuchs. Hallo. Hallo. Kannst du mir endlich zuhauen? Doch, kannst du mir endlich zuhauen? Sehr gut zuhauen. Vielleicht geht das nicht. Vielleicht geht das nicht, weil du dir das komisch eingestellt hast, dass du sofort hier seine Dings hoch hast. Ich weiß es nicht. Hm. Äh, der ist schon mal aufgeregt. Egal. Ich nehm mich hier Wurfmesser oder du hast schon nie mitgenommen. Das Feld ist halt ein ganz schön aktiver. Jo, nimm deinen Ball, Drianne. Wow, da sind welche. Äh, ich hab da glaube ich gerade einen rüberspringen sehen. Wie? Blech. Übers Holz ist da glaube ich gesprungen worden. Ja, ich hab nen Scooper, hm? Vielleicht haben die Klo hier schon genommen und weiter, hm? Ich hab grad auch jemand hier gesehen. Verfordert. Ne, nen Zombie steht da drauf. Ich glaub die Leute waren Bitterwesen. Ich glaub ein Zombie ist ganz schnell so hin und her gesprungen. Als auf den wir hier ganz kurz aufstehen. Das kann sein. Hm. Dürbel. Das war aber bei Hellblock. Hm. Na gut. Dann gehen wir doch mal da gucken. Bradley ist auch was. So oder was? Sollen wir zu denen rüber oder gehen wir weiter? Hm. Willst du Boss gehen? Wie? Wo? Will ich grad gebanaged haben wird? Ja. Oder zum anderen? Na gut. Was ist das auch was? Ja komm. Geh wir mal hin. Da hätten auch Partys. Mann. Wir können doch da hingehen. Ja, da ist dahin. Da ist viel mehr los. Ja komm doch. Da ist glaub ich die ganze High Sighty und so. High Sighty? High Sightys da. Ja High Sighty. High Sighty. Die Saucy auch. Komm lass uns mal Sylt. Davon ist Sylt irgendwo. Oh. Oh. Neun Euro Ticket haben wir dabei. Komm mal hin. Was ist das? Was ist das? High Sighty? High Sighty. High Sighty. High Sighty. High Sighty. Oh ja. Oh, ich bin schon verbuggelt. Selbst der Zombie muss lachen, ne? Ja, da ist eine Verlangenwelle gestorben. Mhm. Ey, schön Zombies. Kann da oben rausgucken, ne? Hier kannst du rausgucken. Mhm. Da glaub ich aber auch. Oder? Äh, ne. Ich glaub nicht. Da ist glaub ich ne Treppe die runterführt da. Also wenn die die umgebaut haben. Also ich weiß ja nicht wovon da. Ist grad ein Hass kaputt gegangen? Ich hab kein gehört. Hm. Müsst du mir hier, passiert nix mehr. Ja, ist halt immer so. Nix das. Voll. Kann ich mal Ticket umtauschen gehen? Das war echt ein schlechter Rät. Ja, das stimmt das. Ja, der versucht zu reden. Versucht. Ne, egal. Galic Butler. Aber kommt nichts raus. Ey. Ich hör den nicht. Ja, ich hör den. Die 10er Sonne versteht dich nicht, du Vogel. Ist nix. Ich bin schon weitergekommen. Noch ein bisschen. Schlimm ist, hier ist doch sogar ausgegraut. War das hier überhaupt? Es war auf jeden Fall hier, ich wüsste nicht wo sonst. Das kann doch nicht sein, wir kommen an das Ende? Wir können doch einfach gehen. Ja jetzt, ne? Wir können doch wieder gehen gekacken. Es ist egal, wo wir hingehen. Immer ist die Party zu Ende, wenn wir abkommen. Das ist ein Party-Crash oder was? Das ist ein Trait. Zumindest das. Mücken. Was gibt's denn hier? Der scheiß liegt doch überall rum. Hier mit Antigift. Da kommt Bogen an. Unten, ne? Ich weiß es nicht, ich hab gerade fast ein paar abbekommen. Hör auf! Der unten irgendwo. Genau oben. In der Straße rum. Halt den auch hier vorbei rum. Ich bin ganz schön wild. Aua! Bist du doof? Du musst mich heilen? Was passiert was? Ich glaube ich immer noch alle. Alter! Ja! Wie kannst du noch da unten überlegen? Laufst du da unten rum? Du sitzt da in einem vollen Bogen oder nicht? Nö, nicht mehr. Ich bin rausgelaufen. Ach lol. Haha! Ich hab die Türs ins Fenster zugebracht, was er geworfen hat. Oh! Das ging über drin im Haus. Ja. 535? Ja klar! Achso warte, ich hab nen Headshot bekommen? Ahja, stimmt. Da war ja heute. Die stehen ja mit zwei Leuten übereinander fast. Ja, danke. Hattest du nie einen Headshot bekommen? Das ist so lame. Das ist so frisch einfach. Hattest du vor dir geschossen? Also bevor die aufs mich geschossen haben. Pass auf, da ist einer am Fenster. Der ist schon wieder irgendeiner mit feinem Bogen. Der hier. Die ist nicht im Hallen? Tot. Nice. Einlass noch da draußen, wo eben war, hier. Mach ich mich von unten dicht. Na, der ist nicht geschossen. Pass auf, pass auf, pass auf. Geh, wir können doch da rausgehen. Ja, der muss nicht im Hallen wieder. Der ist hier unten drunter. Geh hier raus, dann holen wir den dort. Rolf da? Seh ich nicht. Hat den gerade Zombie weggemacht? Ich glaub der ist irgendwo dahin gelaufen, ich weiß es nicht. Ich muss nachladen. Mhm. Wo könnte der hier ein Kollege sein, dass der den nicht holt? Der liegt hier oben auf dem Dach. Oh, okay. Siehst du den? Na, der ist dann wieder an der Ecke gewesen. Seh ich nicht, bin außen. Da, im Fenster drin. Hab nicht. Ja, rein, bis hinten um Ecke gerannt. Hier rum. Komm mal. Komm mal von mir. Hat ein Hit bekommen? Ja. Hab ich, hab ich. Nice. Alter. Oh, wie das fährt jetzt noch? Ruhe da hinten. Waren die jetzt alle? Ich weiß nur noch, oder? Wie ist die denn da drauf gekommen? Das ist eine gute Frage. Hier? Ne, hier drüben. Warte, hier gibt's ne Leiter. Ne. Hä? Wo gibt's die Leiter, um hochzukommen? Wahrscheinlich außen, ne? Komm mal an. Ja. Hallo. Mal hier die Anreiter. Ah ja. Äh, ja. 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 Hm. Ist das mir die Waffe geklaut? Okay. Ach so, was wir haben? Ne, das ist gut. Ne, hier. Ja, besser bin ich Ihnen. Das ist gut. Waren die Kurven. Ja, du hast sogar getauscht. Wie will ich hier habe ich genommen, ja? Aber ich wollte noch die andere Piste nehmen, die ich dabei hatte. Aber ich habe jetzt die Conversion, die du hattest. Echt? Hä? Aber dort ist auch die Pistole von ihm genommen, oder nicht? Hattest... So. Lol. Aber ich dachte, da lachen ne Packs rum. Ne, ne. Ich habe die Conversion Pistole. Ach, lol. So, da muss man hin. Ja, hoch. Ja, die Haltspitze hat genau gepasst. Acht Sekunden jetzt noch. Ja, die sind schon raus, ne? Weiche Eier. Hehehe. Auf, ne Hunde. Oh. Scheiße, die rennen oben raus schon. deswegen gas ja ich habe kein ausdauersputzer so beschäftigen ich habe eine ausdauersputzer drin als sie sind beschäftigt wenn man es so ich denke ja ich bin mit dem pferd Die werden selber noch verfolgt, oder? Schwer zu sagen. Ich komm näher. Ja, sehr gut. Ich seh noch einen kleinen Punkt von dir. Ich komm da glaube ich nicht mehr ran. Ja, die sind jetzt drin gleich. Nee. Nee. Ich hab auch nicht von Ausdauer spritziert bekommen. Ah, wegsitze. Scheiße. Egal. War das du dann noch? Naja. Hab nur auf einen geschossen, aber leider nicht nah genug dran gewesen. Leider nein, leider gar nicht. Ach, komm schon high. Komm schon mal rein. Ja, wo? Da schieß einer. Oha. Hab ich getroffen? Kacken. Nee, ehrlich, hab ich getroffen? Ja. Du bist so weit vorgeheben kam gerade. Voll weh getroffen. Ah, warte mal im Scheißhaus und passen wir zum Wegbrennen. Ach, kacke. Brennen. Wie zum Wegbrennen? Ja, ich hab einen großen Balken, den hätte ich lieber einen kleiner gehabt. Ach so. So. Zwei. Die waren aber wild. Zwei. Äh, warte, falsch. Hm, ich glaub zumindest, der Cyst. Der Cyst ist vorn. Ja, da würde ich sagen, dranbleiben. Nicht den Rechner ausmachen, sondern einfach dranbleiben. Geht weiter. Mit dabei ist noch der Fuchs. Hallo. Hallo. Das ist so. Denn wir müssen aufpassen. So, deswegen. Ja, da haben sie schon recht. Schwert, sag mal, wo sind die ersten Sounds hin und ich so, ja. Was passiert denn da? Ja, ja, ja. Was ist hier denn zu los? Da war keiner. Ich hab keinen gesehen. Ja gut, dann gehen wir weiter. Hä? Ach, da draußen. Hä, wo? Ich wechsle die Rinde nur gerade hinterher. Alter, die steht auch im Zaun, ey. Ähm, ja, Frau Poldi, ne? Na gut. Komm. Komm. Oh. Ich hab einen langen Fackchen dabei gehabt, ne? Ist doch echt eine Axt mitgemacht. Ich hab den Freehunter genommen mit dem, was er hat. Ja, das muss ich nachher mal wieder machen, ne? Einfach so. Ein bisschen Heilung reingepackt und los. Ich hab wieder so ne scheiße Geilrunde. So. De, 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 de. Ja gut, meine, das ist aber auch nicht teuer. Ich hab die Maschel-Emo hier drin, seh ich gerade. Schade. Da gibt's Nachschub. Hier könnt's da haben, Maiv. Scheiße, ich bin da oben. Egal. Oh, Poldi. Ich hab die, ich wollte ganz sagen. Ja, war doch ein wenig. Hier war auch schon, Alter. Wino. Hui. Das sind die gleiche Schifte anwürfen. Machen wir einfach weg. Okay. und wenn ich nicht schießen und lieb sind ja gut ich weiß nicht nicht auch nicht aber hier ist das fensterchen offen gefühlt welche durchgeübt dann laufen welche ja ja hinterlaufen welche oder ist eine halbe oder ingot besser hat scheiß ding was ich mit der wackelt aber ich höre in den gut sondern alles auf einmal wieder laufen welche ostür ist offen ja ich habe keinen gesehen war ich aber er saß da bei 150 aber genau lappen vor der schieße russ im koppel wo machst du zwei balken verloren stimmt ich habe mich da hat mir so gut im kopf geschossen das ist ein toll ja noch ein schatz Ich weiß nicht, ob der da immer noch ist. Ja, dumm, dumm, mitten aufs Punkt für zu sammeln. Ich frage, ob ich dich da holen kann, oder? Stimmt. Ich lieg da bestimmt sicher. Ich weiß nicht, ob ich das sicher nie. Ich hab den Typen nicht mal gesehen. Alter. Nice. Bei mir war es nicht auf dem Kopf drauf, aber gut. Weißt du, ob hier noch einer ist? Weiß ich nicht. Zumindest war hinten da. Ich glaube, der wollte einen burnen, oder der wollte dich burnen, damit du kommst. Ja. Damit ich komme. Äh, ja, ich bin gerade auch, uh, 100 Dollar. Ja, weil das war der mit der Springfield. Und das ist halt noch. Aber, ich hab' mir gesehen, da war die Tür noch offen gewesen. Vielleicht sind hier auch noch Leute, ich weiß es doch nicht. Der hat ja vorhin noch irgendetwas erschossen. Ja. Vielleicht hat der letzten erschossen. Hm. Der Tiermuck gelauert, oder? Der saß dahinter. Ah, ja, natürlich. Da ist noch einer aus. Ja, echt mal. Was? Was ist passiert hier? Kann bogen. Ja. Ich hab' ihn getroffen. Oder hab' ich die Mücken getroffen? Das weiß ich gar nicht. Nice. Ich hab' den nicht gesehen. Ich fahre einfach früher hin um. Ich hab' den nicht gesehen. Ist da halt einer gerannt? Wo? Weiß ich nicht. Kann doch vorher gewesen sein. Hab' so Tat-Tat-Tat gehört irgendwie so. Links, äh, von dir. Zögel? Ja. Nordosten? Das Problem ist halt jetzt, dann nächstes Mal, wenn du mich aufheben kannst, ist nur noch mit Bounty, ey. Äh, von dir! Da hinten. Was? Da hinten. Oh. Ja, wir haben doch. Was? Oh, oh. Oh, oh. Ich hab' den. Ich hab' den. Ich hab' den. War ja auch nur einer? Bis jetzt ja. Na, da kommt noch einer, glaub' ich, ne? Na, da kommt noch einer, glaub' ich, ne? Na, da kommt noch einer. Also, das war einer, aber... Ja, nix. Ja, nix. Na, nix. Na, nix. Guck weiter links. Okay. Ja, nix. Was? Ich nehm' auch immer sofort einen Headshot. Ich nehm' auch immer sofort einen Headshot. Also, die geben sich auch mit... Ja, das hat ja eh kein Leben mehr. Ja, aber... Die hätten ja auch so... Nein. Die geben sich ohne Headshot gar nicht zufrieden. Nur das Headshot. Alter, ich guck grad hier noch einem zu, der gibt auch einfach einen Headshot. Und? Mir hat keiner Headshot gehabt. Hahaha. Das freut mich. Hahaha. Hahaha. Sooo. Wie warst du denn? Drei? Hahaha. Die waren aber auch alle da gefühlt. Wir wollten die... Hahaha. Das ist echt so. Ah, okay. Warte, der ist down. Wir können nachrücken. Nächste, bitte. Hahaha. Nur einer am Tag gleichzeitig? Hahaha. Hahahaha. Äh, das her... Ja. Sei ich's mal. Schöne Folge. Klugbonus. Danke fürs Einschalten, und bis zum nächsten Mal zu im Showdown. Tschüüüß. Tschüüüüs. Tschüüüüß.